Jeder von uns hat sich schon einmal gefragt, warum bin ich manchmal traurig? Warum ist das Leben manchmal so verdammt hart? Die Existenzialisten stellen diese Frage auf den Kopf. Sie sagen, die Frage ist nicht, warum du manchmal traurig bist oder warum das Leben manchmal hart ist, sondern vielmehr, warum bist du überhaupt jemals glücklich? Denn von Anfang an scheint ja alles gegen dich zu sprechen. Du wurdest in deine Welt hineingeworfen, was du dir nicht ausgesucht hast. Du hast dir die Kultur, Zeitgeist, dein Körper, dein Charakter, deine Eltern im Grunde nichts ausgesucht. Du hast einfach diese Karten zugelost bekommen und du kannst nichts dagegen tun. Und alle Menschen, die du liebst, alles was du liebst, alles wird am Ende vernichtet werden, sterben. Das ist die Ausgangssituation. Leid ist in unendlichen Mengen vorprogrammiert und trotzdem gibt es Momente des Glücks. Wie ist das möglich? Das ist das eigentliche Rätsel aus Sicht der Existenzialisten. Und genau in dieses existenzielle Spannungsfeld begeben wir uns heute mit dem Buch von Mäusen und Männern von John Steinbeck. Und jetzt mag man vielleicht denken, was interessiert mich überhaupt die Philosophie des Existenzialismus? Und ich würde sagen, die Existenzialisten helfen dir, die Welt und dich selbst besser zu verstehen. Er hat nämlich eine geniale Antwort auf die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wie gehe ich mit diesem sadistischen Spiel um, wo wir alle zum Mitspielen verdammt sind? In dem Sinne, Niki, für uns zum Schatter. Hey, da hast du einiges rausgekitzelt aus dem Buch. Da bin ich aber gespannt, was man da heute alles lernen kann. Ja, von Mäusen und Männern spielt in der Ära der Großen Depression, also in den 1930er Jahren. Und die Zeit war ja erstmal geprägt von Börsencrashs. Da hat unser eins mal wieder so ein bisschen daneben gelegen. Und war entsprechend auch geprägt von Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Not. Geld war knapp, gerade in der Landwirtschaft hielten sich viele Menschen so als Wanderarbeiter über Wasser, die dann für saisonale Arbeit von Ranch zu Ranch zogen. Und viele hatten diesen amerikanischen Traum, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Und der manifestierte sich damals oft in der Hoffnung auf ein eigenes Stück Land, eigene kleine Farm, eigene Freiheit und Unabhängigkeit. In der Realität war es für die meisten Arbeiter eher nicht so. Und der schmale Groschen, der am Ende des Monats noch übrig war, der wurde aus Frust eher in Bordellen oder Salons ausgegeben. Und wir befinden uns jetzt im Salinas-Tal in Kalifornien. Das ist eine landwirtschaftliche, eher ländliche Gegend. Und unsere beiden Wanderarbeiter, George und Lenny, wie sich die Geschichte dreht, die kommen da gerade an. Die beiden könnten gegensätzlich eigentlich kaum sein. Also George ist so ein geistesgegenwärtiger, kleiner Mann. Und Lenny, ein richtig großer, körperlich starker Mann, allerdings mit einer geistigen Behinderung. Und die reisen zusammen, weil George hatte Lennys Tante mal versprochen, hey, ich kümmere mich um ihn. Und so nimmt er ihn mit aus seinen Reisen zur Saisonarbeit. Und Lenny ist an sich eine zarte Seele. Er liebt es, Tiere zu streicheln, besonders Hasen. Aber durch seine geistige Behinderung kommt er öfter in die Bedrohung und in Komplikationen. Er ist ein sehr guter Arbeiter, extrem guter Arbeiter sogar. Und George hat halt diese innere Verpflichtung zu ihm. Auch aufgrund des Versprechens zu Lennys Tante. Aber sie kommen halt oft in diese brenzligen Situationen, wo sie auch fluchtartig dann die Ranches verlassen müssen. Weil, weiß nicht, Lenny hat vielleicht versehentlich ein Tier getötet, was er streichen wollte. Oder er hat eine Frau gesehen, die er schön fand und hat sie irgendwie festgehalten. Und er macht das alles nicht böswillig. Also es ist einfach, er hat nie einen böswilligen Gedanken, aber er kann halt seine eigene Kraft nicht so richtig kontrollieren. Ja, wie siehst du die beiden? Hier kommt das erste existenzialistische Motiv zum Tragen. Wie du schon sagst, George ist der geistesgegenwärtige, der schlaue Typ, der ein bisschen unterhalb seines Potenzials lebt. Und Lenny ist ein Riese und leider geistig behindert. Und dementsprechend braucht er eine Aufsicht. So, die Frage jetzt lautet, warum bürdet sich George denn Lenny auf? Es ist gesagt, naja, er hat eine Tante gehabt und die hat sich um ihn gekümmert und er hat ihn aufgenommen. Aber in dem Buch wird ja ganz klar dargestellt, dass George Lenny nur Probleme verursacht. Und wegen George kommt Lenny eigentlich, Entschuldigung, wegen Lenny kommt George eigentlich nicht zu seinem eigentlichen Leben. Das ist die erste Zwickmühle, wenn man so will, in der existenzialistischen Philosophie. Denn, wie hat Sartre so schön formuliert, der Mensch ist dazu verurteilt, verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil es sich nicht selbst erschaffen hat und dennoch frei, weil er einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut. Wir wurden also in diese Welt reingeworfen, wo wir frei sind. Aber das Problem mit der Freiheit und mit der Tatsache, dass wir niemanden für irgendetwas schuldig machen können, ist die radikale Verantwortung, die damit einhergeht. Jetzt im Falle von George und Lenny. George könnte ja, in Anführungszeichen, ein gutes Leben leben und sein eigenes Ding machen und sich nicht dieser Last aufbürden, diesen geistig behinderten Typen, der sie immer in Schwierigkeiten bringt. Manchmal auch lebensbedrohliche Schwierigkeiten. Aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht. Er hat also seine Freiheit genutzt, um sich Verantwortung aufzubürden. Und das ist ein existenzialistisches Motiv. Du kommst leider nicht aus der Bedürfung heraus, dass wenn du einmal Freiheit hast, dass du auch immer Verantwortung tragen musst. Es ist einfach die Beschaffenheit der Realität. Denn in dem Moment, wo du merkst, dass du für alles verantwortlich bist, kannst du die Schuld nicht abgeben. Er kann nicht einfach sagen, ja, aber George, muss ich mich nicht kümmern. Aber er ist nun mal von seinem Gewissen geplagt. Er hat nun mal dieses Gefühl, naja, das war meine Tante, deswegen ist er irgendwo vielleicht im Dreieck mit mir verwandt. Außerdem, wenn ich mich nicht um ihn kümmere, wer tut es denn dann? Aus Sicht einer nihilistischen Welt anschauen könntest du sagen, du, es ist nicht mein Problem. Aber das kannst du nicht. Und deswegen, du bist zur Freiheit verurteilt. Und damit einhergehend kannst du dir diese Verantwortung einfach nicht vor den Schultern stecken mit irgendeinem rationalen Kompromiss. Das geht einfach nicht. Und das ist die Ausgangssituation. Und das macht das Ganze so unglaublich schwierig. Denn wenn er einfach sagen könnte, du, George, das ist nicht mein Problem. Ich habe ihn ja nicht geistig behindert gemacht. Und wenn er ja irgendwelche Tiere tötet oder sich an Frauen vergreift, das ist ja nicht mein Problem. Dann soll mir ihm passieren, was mir ihm passieren soll. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Aber nein, das kann er nicht. Weil er nur mal frei ist und mit dieser Freiheit auch eine Verantwortung empfindet für bestimmte Dinge, die ihm irgendwie in den Weg gelegt wurden. Es ist sehr interessant, was du sagst. Es gibt ja auch diese Szene, wo mal wieder was passiert ist. Und die beiden sind gerade an einem Fluss. Und George sagt eigentlich, du, Lenny, du würdest mir so viel besser gehen, wenn ich dich nicht hätte. Und er sagt es eigentlich wirklich ziemlich direkt. Pass auf, du machst mir nur Ärger. Und Lenny sagt dann, du, ich kann doch einfach gehen. Ich kann einfach in irgendeine Höhle gehen und hier alleine sein. Und du musst dich nicht um mich kümmern. Und da rudert George sofort zurück. Nee, sorry. Ich habe es jetzt auch zu stark gesagt. Und eigentlich bin ich sehr gut. Und da kommt, glaube ich, dieser Gewissensbiss raus. Weil Lenny in der Situation spürt dann auch so ein bisschen, dass er so die Oberhand hat, in Anführungsstrichen. Und es ist interessant, wo das herkommt. Ja, ich meine, das Problem ist mit der, es ist so eine schwierige Idee auszudrücken, deswegen gibt es so viele Bücher über den Existenzialismus. Aber das Problem mit der Freiheit ist, dass in dem Moment, wo du frei bist, du auch radikal verantwortlich für alles bist, was du tust. Deswegen kann er nicht einfach sagen, oder sein Gewissen erlaubt es ihm nicht, einfach zu sagen, du, der Typ ist nicht mein Problem. Das kann er einfach nicht. Weil er irgendwie denkt, irgendjemand muss sich um ihn kümmern. Meine Tante hat sich um ihn gekümmert. Der braucht jemand. Wenn ich ihn jetzt verlasse, dann kommt er überhaupt nicht zurecht. Und leider, leider, das ist die existenzialistische Ausgangssituation, kann man nicht einfach rational sagen, nee, mache ich nicht. Vielleicht ist es ja auch ganz gut. Es ist gut aus Sicht von George. Von Lenny. Aus Sicht von George, weil George, Entschuldigung, genau, aus Sicht aus Lenny. Lenny ist ja der Große. Aus Sicht von Lenny, weil er George hat als Aufsichtsperson. Aber Georges Leben wäre objektiv besser, wenn er sich nicht um Lenny kümmern müsste. Das stimmt. Aber das ist ja, was die Existenzialisten sagen. Du wirst hineingeworfen an eine Welt mit bestimmten Umständen, die du dir nicht aussuchen kannst. Und manchmal bekommst du einfach, auf gut Deutsch gesagt, scheiß Karten zugelost. Und das ist einfach dein Schicksal. Und einfach zu sagen, ich will dieses Schicksal nicht haben, auch das kannst du nicht. Weil ich meine, George könnte ja einfach sagen, ich gehe weg. Aber das kann er emotional nicht. Ja. Das kann er psychologisch nicht. Das kann er geistig nicht mit sich verantworten. Und das ist das Problem. Das ist einfach die Ausgangssituation. Deswegen ist es schon schwierig, überhaupt von Glück zu reden. Wir werden diese Idee noch ein bisschen entfalten. Aber so viel zu den beiden. Sie machen einen sehr guten existenzialistischen Punkt. Ja, und ich finde es auch interessant, wie die sich, die haben halt beide eine schwere Lage. Auch jeder auf seine eigene Art. Und wie sie eigentlich dazu kommen, das ein bisschen auflösen. Denn die beiden haben auch einen Traum, an dem sie irgendwie schön festhalten können. Und das ist der gemeinsame Traum vom eigenen Land, von Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, von verschiedenen Tieren, im autarken Leben. Gar nicht mal Reichtum. Einfach nur gesichertes, gutes Leben, ohne jetzt sich für irgendwelche reichen Ranchbesitzer aufopfern zu müssen. Und George kann dieses Bild auch schön malen. Er sagt so, du Lenny, du würdest dich um die Kaninchen kümmern und schau mal, wenn wir mal was zu trinken wollen, dann verkaufen wir ein paar Eier und ein paar Hühner und so. Und ich glaube, das ist so ein Anker im Leben von den beiden, der sie festhält und der sie auch dazu bringt, weiter noch auf die verschiedenen Farben zu gehen und ein bisschen versuchen, Geld anzusparen. Und eigentlich deren amerikanischer Traum. Ja, das ist ein weiterer Punkt aus der existenzialistischen Philosophie. Die Welt an sich hat keine Bedeutung. Du musst Bedeutung finden. Es ist deine Verantwortung, Bedeutung zu finden. Und dieser Traum ist genau das. Ohne diesen Traum von der eigenen Ranch würden die beiden in ihrer Situation überhaupt überleben können. Das erinnert ein bisschen an Viktor Frankl. Man muss sich irgendetwas vor Augen führen, um aus diesem Höllenloch rauszukommen. Beziehungsweise, wenn du in der Hölle bist, um noch weiter latschen zu können. Mit der Hoffnung und der Aussicht auf etwas Besseres. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Viktor Frankl, über den hatten wir auch schon mal gesprochen. Der im KZ lange Jahre war. Und der Gedanke, glaube ich, diesen Existenzialismus, den er ja mitbegründet hat, vorzustellen und seine Manuskripte vorzustellen, war so sein Traum, der ihn weiter hat marschieren lassen. Also irgendeinen größeren Willen, ein größeres Ziel muss man sich irgendwie vor Augen führen, um durch diese ekelhaftesten Momente des Lebens einigermaßen schreiten zu können. Genau. Und im Existenzialismus ist es nicht nur etwas, was du tun sollst. Es ist buchstäblich deine Verantwortung, das zu tun. Du musst immer wieder neue Bedeutung finden können. Ja, es ist auch interessant. Es ist auch eine sehr positive Sache eigentlich. Weil damit gibst du den Umständen gar keine Kraft. Und damit verlässt du dich nicht darauf, dass irgendeine externe Quelle dir Bedeutung verschafft. Denn das Problem ist, wenn du jetzt bibelgläubig bist und nachher den Glauben verlierst, dann hast du keine Bedeutung mehr. Du fällst in eine Bedeutungskrise oder eine Glaubenskrise. Und die Idee, dass Bedeutung immer von innen kommt oder dass du das Wesen bist, was immer neue Bedeutung schöpfen kann, ist eine viel beständigere Art, durchs Leben zu gehen, als auf einer einzigen externen Ressource angewiesen zu sein. Ja, total. So, die beiden kommen jetzt, nachdem sie mal wieder fliehen mussten, auf eine neue Farm an. Und dort treffen sie auch weitere Wanderarbeiter. Und zu der Zeit muss man auch sagen, diese Wanderarbeiter, die waren oft ein ziemlich eng geschlossener Kreis. Auch wenn sie sich in der Natur der Sache, dadurch, dass sie halt Wanderarbeiter waren, oft nur kurze Zeiträume zusammen verbracht haben, haben sich da doch oft starke Freundschaften und Gemeinschaften gebildet. Und auf dieser Ranch gibt es auch verschiedene sehr interessante Charaktere. Und wir gehen mal auf ein paar von denen ein. Es gibt zum Beispiel Candy. Candy ist ein alter Handwerker, er hat nur noch eine Hand. Er hat auch einen uralten Hund, kann man glaube ich sagen, der ihm ein treuer Begleiter war, aber der eigentlich schon lange eingeschläfert werden müsste. Also der schleppt sich echt nur noch so halb durchs Leben. Und Candy selber bringt es nicht übers Herz. Und schließlich, es drängen ihn irgendwie ein paar von den anderen Arbeitern auch, das zu tun, lässt er es von einem der anderen Arbeiter erledigen. Also der Hund wird dann erschossen. Und es ist interessant, weil den Fakt, den bereut er später. Er sagt, ich hätte das selbst machen sollen. Was denkst du von Candy? Ich meine, dass er es selbst machen sollte, das ist, auf jeden Fall. Aber ich meine, dass er auch eine archetypische Zuspitzung einer Sache ist, die im Existentialismus propagiert wird, aber auch die jeder von uns irgendwann erfahren wird. Candy ist alt. Er hat nur noch eine Hand. Er hat nicht mehr lange zu leben. Und er hat ein paar Dinge, die er liebt. Zum Beispiel diesen alten Köter. Alle anderen sagen, was willst du mit dem? Der nervt doch nur rum, der stinkt. Du würdest ihm helfen, wenn du ihn einfach erledigen würdest. Aber das will Candy nicht. Und die anderen zwingen ihn dazu. Ein bisschen mit psychologischen Mitteln und sowas. Und das ist etwas, was uns allen zum gewissen Grad erwartet. Ich meine, wir werden alle alt werden. Wir werden körperlich alle nicht mehr perfekt operieren können. Wir werden alle irgendwann abhängig werden von anderen. Sowohl finanziell als auch körperlich. In jeder Hinsicht. Das steht jedem von uns bevor. Das ist einfach der menschliche Zustand. Und Dinge, die wir lieben, werden wir an irgendeiner Stelle nicht mehr verantworten können. Wenn du jetzt beispielsweise einen großen Schäferhund hast und der muss dreimal am Tag raus und du bist irgendwann zu alt dafür. Was machst du? Das heißt, deine Verantwortung geht direkt in Korrelation mit deiner Freiheit. Und in dem Moment, wo du alt wirst und nicht mehr Verantwortung übernehmen kannst, sinkt auch deine Freiheit. Weil du kannst dir dann nicht mehr aussuchen, diesen Hund weiterhin zu haben. Das ist ja die Idee dahinter. Er will diesen Hund behalten, aber die sagen, der ist doch viel zu alt. Du kannst dich doch kaum um ihn kümmern. Wir erledigen ihn jetzt. Und er kann nicht mal was dagegen sagen, weil sie ja auch Recht haben. Die sagen, wir wollen ihn nicht haben. Und wenn du ihn wirklich perfekt pflegen könntest, meinetwegen, aber du bist ein alter Typ. Ich meine, was willst du mit dem? Und er merkt, dass seine Freiheit und seine Verantwortung einfach langsam zu Ende kommt. Aber das ist nicht nur sein Schicksal. Das ist ja das Erschrecken erregende in der Welt. Das erwartet uns alle. Jetzt habe ich eine Frage. Weil du hattest ja am Anfang gesagt, generell im Existenzialismus, und George und Lenny sind ein ganz gutes Beispiel, George hat diese Freiheit, aber er hat auch die Verantwortung. Und deswegen kann er nicht einfach nur sein Leben selbst optimieren, sondern er muss sich dem widmen, weil es sein Gewissen sonst nicht hergeben würde. Jetzt ist hier ja ein ähnlicher Punkt, nur er kann es wirklich nicht mehr machen. Das heißt, muss er sich dann trotzdem seinem Gewissen beugen und quasi sagen, hey, ich habe zwar eigentlich noch die Verantwortung dafür, aber es geht halt nicht mehr. Also ist es dann doch nicht am Ende des Tages etwas, was trotzdem auf uns zukommt. Es kommt auf uns zu und er muss sich dem beugen, aber egal, wie sehr du das rational verstehst, ist es unglaublich schwierig zu akzeptieren. Stell dir vor, du wirst jetzt alt. Und stell dir vor, du hast einen Hund, den du wirklich liebst. Und irgendwann kannst du nicht mehr spazieren, denn der Hund ist alt und irgendwie gibt dir der Hund sehr viel Freude, aber stell dir vor, deine Kinder, die dich pflegen, sagen, Papa, ich habe keine Lust, diesen Hund immer rauszubringen, können wir ihn nicht weggeben. Und du denkst, aber ich liebe den Hund. Die sagen, naja, aber du kannst dich ja nicht um ihn kümmern. Also am Ende des Tages muss ich den Mist machen. Wie fühlt sich das an? Du verstehst es ja rational. Wir beide können hier sitzen und sagen, chill doch mal. Wird der Hund woanders? Aber du liebst den Hund. Aber gleichzeitig willst du den anderen nicht aufbürden und deine Kinder wollen es vielleicht nicht machen. Wie gehst du damit um? Und die Antwort lautet, es ist schwierig. Auch wenn du es rational verstehst. ich kann ihn nicht mehr. Die haben ja auch einen Punkt und meine Kinder lieben mich auch, aber die haben auch ihre eigene Arbeit und ihr eigenes Leben und die interessieren sich nicht so für den Hund wie ihr. Ja, ich verstehe das alles und trotzdem musst du damit umgehen. Trotzdem erwartet uns das alle. Und das ist das, was die Existenzialisten als die unglaubliche sadistische Ausgangssituation sehen. Und vor dem Hintergrund, nochmal, wie ist es überhaupt möglich, dass Menschen glücklich sind im Alter oder generell glücklich sind. Es gibt so viel Leid und so viel Stress und so viele Probleme, die hundertprozentig vorprogrammiert sind. Ja, jetzt wollte ich gerade, habe ich ja ein Plädoyer gemacht, dass man den Existenzialismus auch positiv deuten kann. Dass ich jetzt einen leicht dunklen Schauer bekomme. Die geniale Antwort kommt ja am Ende, wie man dann umgehen soll. Aber das ist Candy und das ist das, was da für mich philosophisch darstellt. Gut, dann haben wir Krux und Krux ist der schwarze Stallknecht und er ist aufgrund von seiner Hautfarbe, wir sind ja in den 1930er Jahren von den anderen isoliert, lebt alleine im Stall, ist dadurch auch verbittert, ziemlich einsam und sehnt sich eigentlich nach Gesellschaft. Was hast du in dem gelesen? Naja, er ist ja in einer Zeit hineingeworfen worden, wo es zwar keine Sklaven mehr gab, aber wo das Rassendenken immer noch stark verankert war. Weil er schwarz war, musste er isoliert von den anderen leben. Außerdem ist er ja auch körperlich eingeschränkt und so weiter. Ihn könnte man als Tatsache oder als archetypische Zuspitzung deuten, dass letzten Endes sind wir alle allein. Zum gewissen Grad sind wir alle isoliert. Er ist natürlich der extremste Fall. Er schreibt ja auch im Buch, dass er sich wünscht, einfach manchmal irgendwie einen Kumpel zu haben, mit dem er auch nur ein bisschen schnacken kann. Wo er einfach nur sagen kann, hey, der Mond sieht doch heute Abend schön aus, oder? Und der Kumpel sagt, ja, der sieht tatsächlich schön aus. Und er meint, das würde ihm ja schon reichen. Aber er ist so isoliert, dass er selbst da nicht irgendjemand hat. Es ist auch so eine Zuspitzung der Idee, der isoliert hat. Aber sind wir nicht alle zum gewissen Grad isoliert? Weiß denn wirklich, wirklich irgendjemand, wie es dir geht, wie es ist, Niklas zu sein, was in deinem Kopf vor sich geht, was deine tiefsten Wünsche und Triebe und Motivationen sind? Weiß das wirklich irgendjemand? Selbst die Leute, die dich am besten kennen? Das ist auch etwas ziemlich Trauriges, wenn du darüber nachdenkst. Leute wollen verstanden werden und sich ausdrücken und geliebt werden. Aber wer kennt dich denn wirklich? Letzten Endes bist du auf dich alleine gestellt in dieser Welt. Letzten Endes Leute können dir helfen, Glück zu empfinden. Aber wenn du es nicht empfindest, was willst du dagegen tun? Ich bin echt gespannt auf die geniale Auflösung jetzt. Ja, aber ich meine, man kann jetzt sagen, hey, das mag ich alles nicht. Aber du musst das Ganze aus Sicht der Existenzialisten sehen, die sagen, aber ist es denn nicht so? Es ist schwer dagegen zu argumentieren. Crooks ist doch einfach nur eine Zuspitzung dieser Idee, dass du tatsächlich geografisch und psychologisch isoliert wirst. Aber selbst wenn du von Freunden umgeben bist, selbst wenn du sehr viel Liebe um dich herum hast, letzten Endes stehst du alleine da. Letzten Endes. Letzten Endes würde dich nie jemand ganz und komplett verstehen. Selbst du dich selbst wahrscheinlich nicht magst. Und das ist eine Wahrheit, mit der man erstmal umgehen soll. Und jeder, der irgendwas anderes behauptet, aus Sicht des Existenzialismus würde man sagen, du bist einfach nur naiv. Du willst es einfach nur nicht wahrhaben und das ist überhaupt nicht gut, denn damit hast du das Problem nicht mehr angenommen. Ja. Ja, ist auch, die Frage ist halt, wie schlimm das ist, dass man jetzt wirklich grundsätzlich voll, vollumfänglich nie vielleicht ganz verstanden hat. Ich glaube, die viel relevantere Frage ist, wie geht man damit um? Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Alles klar. Bringen wir noch einen sehr interessanten Charakter ins Spiel. Das ist Curly. Curly ist der Sohn des Bosses. Ist ein kleiner, aggressiver Mann. So ein bisschen so ein Pitbull. Und der will eigentlich ständig seine Autorität demonstrieren. Hat besonders einen Groll gegen größere Männer. Also so einen kleinen Napoleon-Komplex führt er auch mit sich rum. Eigentlich genau so ein Typ, den man nicht leidet. Den man nicht leiden kann. einfach so ein richtig stressiger Typ, der die ganze Zeit Streit will. Ja, ich meine, was symbolisiert er denn? Mehrere Dinge. Einmal, verglichen mit Crooks, geht es ihm sehr gut. Er wird akzeptiert, er hat Freunde, er ist der Sohn des Farminhabers, er hat Status, er hat sogar eine Frau. Ich meine, Crooks kann man verstehen. Er ist der schwarze Stallbursche, er wird isoliert, er ist körperlich am Ende, er hat keine Freunde. So, ja, dass er depressiv wird, das versteht auch jeder. Candy kann man verstehen. Er ist ein alter Knacker, er kann sich nicht mehr mehr um seinen eigenen Hund kümmern, hat überhaupt keine finanziellen Reserven, ist irgendwie von anderen abhängig, hat keine gesicherte Zukunft. Sein Leben ist verlebt. Auch ihn kann man verstehen. Aber Curly? Er ist der Sohn des Farmbesitzers, junger Typ, frisch geheiratet, hat eine Frau, hat am meisten Macht und Status von allen und ist unzufrieden. Die erste große interessante Erkenntnis ist, Probleme sind relativ. Wenn du isoliert bist, dann willst du einfach eine Freundin haben. Wenn du alt und dein Leben vorüber ist, würdest du einfach gerne jung sein und wieder Verantwortung tragen können. Wenn du all diese Dinge hast, was nervt dich dann? Naja, bei ihm, the lowest hanging fruit ist seine Körpergröße. Er ist ein kleiner Typ und das nervt ihn und er hat ein kleinen Mann-Syndrom deswegen und er misstraut seiner Frau. Und dieses Problem streckt seine Tentakel in alle anderen Lebensbereiche, denn er misstraut seiner Frau. Er hasst größere Männer, alle sind für ihn Konkurrenz. Man denkt doch, chill doch mal. Du hast doch ein gutes Leben. Du bist doch hier von allen in deinem Umfeld der abgesicherteste. Warum hast du denn Probleme? Ja, aber Probleme sind relativ. Das ist auch ein interessanter Punkt. Wenn ich das mal im Zuge des Existenzialismus anfragen darf, wir sagen ja, okay, warum sollte man überhaupt jemals glücklich sein? Hier scheint es ja zu sein, dass der Mensch ein unglaublich kreativer Problemsucher ist, dass selbst wenn alles gut ist, er trotzdem noch das Haar in der Suppe finden wird. Richtig, aber die Antwort lautet eigentlich, dass du diese Probleme akzeptieren sollst. Ich meine, das wäre die Lösung in allen Fällen. Ja. Ja. Du bist klein, aber dafür hast du andere Dinge. Du musst lernen, den Fokus zu verschieben. Aber solange du mit dem Schicksal haderst, wirst du nie glücklich werden. Mhm. Er hat also alles, was die anderen nicht haben, aber ihm nervt seine Körpergröße. Und auch da ist da etwas Archetypisches dran. Dann haben wir nicht alle zum gewissen Grad ein viel besseres Leben als alle Menschen vor tausend Jahren. Leute sagen, oh, ich lebe heute in Armut. Geh mal geschichtlich zurück. Du lebst besser als jeder König. Du hast eine bessere medizinische Behandlung als jeder König vor 200 Jahren. Du hast Wärme, du musst nicht frieren, du hast keine Angst, dass irgendwelche mongolischen Reiter dich umbringen. Also dir geht schon ziemlich gut, aber du sagst, naja, relativ. Es gibt Leute, die haben drei Superjachten. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe nur ein kleines, altes Auto. Du hast immer noch ein Auto. Du kannst mich noch bewegen. Du kannst immer noch in die Nordsee fahren. Aber ja, Leid ist relativ. Man sucht sich das nächstgrößte Problem. Und das ist auch etwas sehr Archetypisches. Man denkt in dieser Geschichte, er hat doch wirklich nichts zu meckern. Aber Leid ist relativ. Wenn irgendein Milliardär die Hälfte seines Vermögens verliert, dann blutet er genauso, wie wenn ein Penner zwei Euro verliert. Und der Penner sagt, willst du mich verarschen? Das ist doch was ganz anderes. Und ja, objektiv betrachtet, das ist schon was anderes. Aber wir leben nicht in einer objektiven Welt. Wir leben in einer subjektiven Welt. Und subjektiv empfindet er genau den gleichen Schmerz. Und das ist ja das Absurde. Aber ja, das alles steckt in dem Charakter von Curly. Also sollte er eigentlich mal sein Schicksal akzeptieren, dass er vielleicht ein Zentimeter kleiner ist und sich nicht mit anderen vergleichen? Unter anderem. Unter anderem. Und er sollte Verantwortung dafür übernehmen. Verantwortung dafür übernehmen. Wie meinst du das in dem Zusammenhang? Er ist nun mal klein, aber dafür hat er, dafür kann er andere Dinge bewirken. Dafür, er ist klein, aber er ist der Farmbesitzer und hat ein bisschen Geld und hat eine Frau und er könnte sehr viel Gutes bewirken. Und das ist der Einflussbereich, auf den er sich konzentrieren kann. Und dafür muss er Verantwortung übernehmen. Kann er jetzt was dafür, kann er seine Körpergröße ändern? Nein, also muss er es akzeptieren. Das ist jetzt sehr leicht dahergesagt. Das ist mir auch bewusst. Aber so zumindest die Theorie dahinter. So, jetzt haben wir auch schon ein bisschen Curlys Frau angesprochen. Und das ist ja auch ein Pulverfass in Person. Jung, attraktiv, flirty, sehnt sich nach Aufmerksamkeit und einer Karriere im Showbusiness und ist jetzt auf diesem Bauernhof gelandet, auf dieser Ranch und mit Curly zusammengekommen und irgendwie merkt man auch so, so richtig Bock hat sie auf ihn eigentlich nicht. Also ist er auch so ein bisschen reingerutscht und hat sich eigentlich viel mehr vom Leben erträumt. Ich meine, ist das nicht auch wieder etwas, womit wir alle zum gewissen Grad was anfangen können? Haben wir nicht alle zum gewissen Grad unser Potenzial verlebt? Haben wir nicht alle zum gewissen Grad uns mit zu wenig zufrieden gegeben? Sie ist einfach nur die extreme Zuspitzung dieser Version. Sie wollte eigentlich nach Hollywood. Sie hatte da wohl ein Talent für. Hat aber nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Sie wollte zumindest eine gute Ehe haben, aber sie ist an diesen Curly geraten mit seinem Minderwertigkeitskomplex und dadurch ist Curly einfach als Person insgesamt toxisch und dadurch sehnt sie sich nach anderen Männern und dadurch ist Curly eifersüchtig und es zieht einen riesen Rattenschwanz. Alles aus einem ganz kleinen Problem heraus resultierend. Können wir nicht alle was damit anfangen? Ist das nicht auch einfach nur leider eine traurige Komponente des Lebens, die absolut vorprogrammiert ist? Wer kann denn schon behaupten, dass man alles richtig gemacht hat? Das heißt, du wirst damit umgehen müssen, du wirst Dinge bereuen. Du wirst bestimmte Chancen nicht bekommen. Du wirst manchmal sehen, dass wenn du anders abgebogen wärst, dein Leben viel besser gewesen wäre, vermutlich. Und trotzdem musst du mit dieser Einsicht leben. Und das ist, sie ist die Zuspitzung, dieser allzu menschlichen Erfahrung. Aber auch das ist eine Komponente, die, wenn du ein Kind in die Welt setzt, du kannst garantiert davon ausgehen, dass dieses Kind diese Gefühle an einem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich häufiger, empfinden wird. Das ist einfach die Beschaffenheit von Realität. Und das ist traurig. Und die Frage lautet natürlich, wie geht man damit um? Aber dazu später mehr. Alles klar. Also zusammenfassend, all diese Figuren, Curly, Curly's Frau, Candy, Crooks, alle mit C, die teilen irgendwie alle das gleiche Schicksal, die Alliteration. Das sind architypische Zuspitzungen von allzu menschlichen Facetten. Man bereut manchmal Dinge. Sie ist die absolute, Curly's Frau ist der Inbegriff von einer Person, die etwas bereut. Wir fühlen uns alle zum gewissen Grad in bestimmten Bereichen, in bestimmten Domänen minderwertig. Ist das nicht genau das, was Curly darstellt mit seinem Napoleon-Komplex? Mit einer Sache, die er nun mal wirklich nicht ändern kann? Seine Körpergröße? Crooks, wir fühlen uns alle zum gewissen Grad isoliert. Wir sind am letzten Endes alleine mit unseren Gedanken. Letzten Endes sind wir alleine in der Welt. Was ist denn mit, ich habe vergessen, Candy? Candy, ja. Werden wir nicht alle irgendwann alt? Müssen wir nicht alle irgendwann unsere Freiheit abgeben und Dinge, die wir lieben irgendwann weggeben? Ja. So habe ich nie drüber nachgedacht, aber du hast schon recht. Die sind alle, die haben alle ein sehr spezifisches Motiv, was auf die Speerspitze getrieben ist, zu veranschaulichen. Ja, total. Ich meine, wir können hoffen, dass Brian Johnson es schafft, uns unsterblich zu machen. Dann ist der Existenzialismus mehr oder weniger hinfällig. Aber vielleicht auch gelöst. Aber ja, solange das nicht am Horizont auftaucht, müssen wir damit klarkommen. Ja, und in diesem bunten Charakterensemble brodelt natürlich auch ein gewisses Konfliktpotenzial. und der offensichtlichste ist der zwischen Curly und Lenny. Also Curly, haben wir gerade gesagt, ein bisschen aggressiver Typ, hat ein Problem mit größeren Männern und jetzt kommt Lenny da rein, ein Riese, der allerdings auch noch so eine sanftmütige, treu-dove Art hat, die von Curly natürlich direkt als Schwäche aufgefasst wird. Und so kann er es fast nicht lassen, sofort Sticheleien zu beginnen. Und Lenny weiß damit eigentlich gar nichts anzufangen. Also er ist ja auch geistig behindert und kann das eigentlich gar nicht so richtig interpretieren. Man sagt, ich habe doch gar nichts gemacht, was will er denn von mir? Aber schließlich kommt es so weit, auch wenn Lenny versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, dass Curly die Situation eskaliert. Zwar unter irgendeinem Vorwand, er sucht seine Frau und irgendwie steht Lenny da im Weg und dann sagt er, du bist doch hier die ganze Zeit so komisch unterwegs und fängt an, auf ihn einzuschlagen. Und Lenny ist total verwirrt und verängstigt und weiß nicht, was er machen soll. Und George sagt von der Seite so, wehr dich mal. Sagt er es, wie soll ich mich wehren? Aber schließlich macht er es dann. Das manifestiert sich damit, dass er Curlys Hand einfach festhält, während er versucht, sie zu schlagen und sie in seiner Hand zerquetscht mit seiner enormen Kraft. Naja, es ist für Curly natürlich ziemlicher Ego-Tod und alle einigen sich darauf, Curly hat sich die Hand in der Maschine eingeklemmt, damit auch Lenny und George die Verfahren nicht verlassen müssen. Und Curly, der stimmt zu, weil alternativ müsste er zugeben, dass Lenny ihn verdroschen hat, aber er ist natürlich tief in seinem Stolz gekränkt und hegt auch weiterhin definitiv ein Gräuel gegen Lenny, aber hat zumindest jetzt mal ein bisschen gesünderen Respekt vor ihm. Ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Auch das können wir alle verstehen. Wir haben alle bestimmte Komplexe und diese Komplexe führen dazu, dass wir manchmal Dinge tun oder sagen, die wir hinterher bereuen und wir merken immer wieder, wir kommen nicht drum herum. Wir sind nun mal einfach, wer wir sind. Also bestimmte Grundvoraussetzungen sind einfach gegeben. Wenn du ein sehr kleiner Mann bist, wie im Falle von Curly, ja, es wird ihn ein Leben lang nerven und es ist schwierig, damit umzugehen und natürlich musst du das lernen, aber es ist viel leichter gesagt. Ich meine, du bist 1, Dach 94, 95. Ich bin der Lenny in der Situation. Du hast gut reden. Aber das ist wirklich schwierig und ja, ich glaube, da kann jeder nachvollziehen, wie das sein muss. Ja. Naja, und im Mittelpunkt von diesem Streit stand ja irgendwie auch wieder Curlys Frau, die irgendwie oft das Subjekt ist, an dem sich Curly zu seinen Streitereien hinreißen lässt, weil, naja, sie geht ihm ja auch oft aus dem Weg und sie hängt oft bei den Arbeitern rum und ist irgendwie flirty und die Arbeiter betrachten sie auch eher so als Unruhestifterin und eines Tages, während die Männer gerade am Karten spielen sind, da ist Curlys Frau wieder auf eigener Mission unterwegs. Sie läuft in die Scheune und da findet sie Lenny. Lenny ist gerade auch in so einer bisschen komischen Situation, denn er wollte eigentlich mit Hundewelpen spielen, hat aber versehentlich eins getötet und ist jetzt natürlich sauer auf sich selbst, weil er weiß, George wird ihn dafür schelten und ist er wieder in dieser blöden Situation reingeraten und Curlys Frau startet jetzt eine Konversation mit ihm und erzählt ihm so ein bisschen von ihren eigenen verlorenen Träumen und Vorstellungen und, naja, sie merkt so richtig ankommen, tut sie bei ihm nicht. Er ist halt geistig einfach nicht besonders weit und dann fragt sie ihn, wieso hängst du eigentlich die ganze Zeit mit deinen komischen Hundewelpen rum, wieso willst du die ganze Zeit mit Hasen streicheln, das gibt es doch gar nicht und er sagt, ja, ich mag es halt, weiche Dinge anzufassen und, naja, sie mag ja auch Aufmerksamkeit und sagt, du, meine Haare sind ganz schön weich, willst du da nicht mal dran fassen? Er so, ja, klar, okay und fest an und ist total fasziniert von der Weichheit, aber er kann seine Kraft nicht so richtig einschätzen. Er greift zu fest zu und, naja, Curly's Frau natürlich gerät ein bisschen in Panik, fängt an zu schreien und, naja, was macht das mit Lenny? Er gerät auch in Panik, weiß nicht, was er machen soll, hält ihr den Mund zu, schüttelt sie ein bisschen und riecht ihr dabei das Genick. Uff, das ist natürlich eine sehr schlechte Wendung jetzt. Ja, ich meine, es wirft eine interessante philosophische Frage auf. Wer ist jetzt schuld? Hm. Dann frage ich dich. Ach so, ja gut, also, ich würde sagen, es ist nicht so, es gibt ja auch Tötung und fahrlässige Tötung. Also, ich würde jetzt Lenny hier keinen Vorsatz unterstellen. Nichtsdestotrotz hat er, ist eine Frau tot. Aber wenn eine Kokosnuss vom Baum fällt, ist das fahrlässige Tötung? Wenn jemand da vorbeiläuft und da fällt eine Kokosnuss auf seinen Kopf? Du würdest sagen, nein, denn der Baum hat ja keine Absicht oder kein Bewusstsein. Ich würde es, vielleicht können wir das Beispiel noch ein bisschen anders aufstellen. Ich nehme deins. Wenn man weiß, da fallen ständig mal Kokosnüsse runter und vielleicht gehört das Land einem Besitzer, dann sollte man da vielleicht ein Schild aufstellen oder einen Zaun rumnehmen. Definitiv. Aber wenn, ein anderes Beispiel, sagen wir, ein zweijähriges Kind nimmt eine Pistole auf und schießt dem Papa ins Gesicht. War das Tötung oder war das fahrlässige Tötung? Und die Pistole hat er zufällig gefunden. Das hat der Papa jetzt nicht einfach irgendwo liegen lassen. Das war jetzt wirklich ungünstig alles. Kann man jetzt dem Kind sagen, es ist ein Mörder? Nee, ich glaube... Es war überhaupt nicht zurechnungsfähig. Ja, ich glaube, Schuld basiert darauf, dass ein Bewusstsein für die Tat auch vorliegt. Richtig. Und im Beispiel jetzt des Kindes kann man ihm keine Schuld geben. Genau, und ich würde sagen, bei Lenny ist es genau das Gleiche. Was wieder einen existenzialistischen Punkt macht. Erst mit der Freiheit kommt Verantwortung. Aber Freiheit hast du nur, wenn du auch Bewusstsein hast. Wenn du kein Bewusstsein hast, dann kann man überhaupt von Freiheit sprechen. Ist ein Kokosnussbaum frei? Hat das Bewusstsein? Kann das frei entscheiden? Freiheit heißt ja, man kann A oder B machen. Aber ein Kokosnussbaum kann nicht sagen, dein Gesicht gefällt mir nicht. Dann lasse ich mal Kokosnuss runterkanonieren. Das kann es ja nicht. Und im Falle von Lenny, kann man da von seiner Schuld sprechen? Andererseits ist er ein erwachsener Mann. Ich meine, er ist ein erwachsener Riesenmann, der zurechnungsfähig genug ist, auf irgendeiner Farm zu arbeiten. Er hätte sie jetzt nicht einfach töten sollen. Was ich mich hier frage ist, könnte man nicht sogar ein Argument machen, dass es Georges Schuld ist? Definitiv. Weil da ist seine Verantwortung, die er gefühlt hat. Ich muss mich um ihn kümmern und alleine wird nichts aus ihm. Naja, aber du kannst dich ja offensichtlich nicht 24 Stunden um ihn kümmern. Und es passieren offensichtlich ständig irgendwelche Sachen, die jetzt nicht so schön sind. Und jetzt ist es offensichtlich eskaliert. Und es waren offensichtlich einige Warnhinweise da. Es ist jetzt nicht, dass es das erste Mal passiert ist. Und genau deswegen ist das Leben so unglaublich verzwickt. Denn George hat aus Liebe, schon, ich vergesse. George ist der kleine Lenny, der große. George hat aus Liebe zu Lenny heraus Lenny aufgenommen. Mit dem Wissen, dass Lenny manchmal eine kleine Zeitbombe darstellt. Aber es ist jetzt ungewöhnlich, dass da jemand umbringt. Er hätte es nie in Menschen umgebracht. Aber natürlich kann die Situation, wenn alle Umstände unglücklich sind, da kann schon mal was passieren. Das war George auch bewusst. Lenny, Lenny. George war es bewusst. George war es bewusst. George war das natürlich bewusst. Ja, ich meine, war es jetzt gut oder schlecht von ihm? Das zeigt dir mal wieder, wie verzweckt das Ganze ist. Weil er meinte das Ganze ja gut. Er hätte auch sagen können, du, Lenny, ich kann mich nicht um dich kümmern. Mach dein eigenes Ding. Dann wäre Lenny wahrscheinlich in irgendeinen Fluss fürs Trinken gewesen, reingefallen und gestorben. Und das wäre das Ende von ihm. Er hätte auch sagen können, du, Lenny wird jetzt vielleicht ohne meine Führung erst recht irgendjemand umbringen. Also war es doch gut, dass ich mich um ihn gekümmert habe. Aber jetzt hat er ihn eine Sekunde aus den Augen gelassen. Natürlich kann man nicht sagen, du, er hat 24 Stunden gemacht. Das geht ja nicht. Soll man ihn jetzt zur Rechenschaft ziehen? Auch einen interessanten Punkt. Und im Existenzialismus sagt man, ich bin jetzt kein Experte, da korrigiere mich gerne, gerne, wenn ich falsch liege, aber so wie es für mich aussieht, gibt es kein richtig und falsch. Es gibt einfach Entscheidungen. Du musst einfach eine Entscheidung treffen. War es jetzt richtig oder falsch, sich um ihn zu kümmern? Wer weiß das schon? Jetzt am Ende sieht es vielleicht nicht so aus. Er hat eine Frau umgebracht, aber das konnte er ja nicht vorher ahnen. Ja, es gab die Möglichkeit, aber solltest du ihn umlegen, weil es die Möglichkeit gab, dass er zu 10% vielleicht irgendjemand umbringt? Ich meine, an welcher Prozentzahl änderst du es? Ja. Auch da wieder, du musst einfach Verantwortung übernehmen und entweder du kümmerst dich um ihn oder du kümmerst dich nicht um ihn. Was richtig und falsch ist, wer weiß das schon. Und es ist ja auch diese Alternative dafür, George kümmert sich um Lenny und alles ist bis ans Lebensende gut und sie kriegen vielleicht sogar die kleine Farm und Friede, Freude, Eierkuchen. Ist ja auch eine sehr anti-existentialistische Idee. Warum sollte es denn so sein? Warum sollte nicht genau so etwas passieren? Genau, und das ist auch mein Problem, was ich manchmal mit diesen Gurus habe, die immer nur Liebe, Respekt, Weltfrieden und Tiramisu für alle prägen. Ich bin ja auch für Respekt. Natürlich bin ich für Respekt und niemand soll leiden. Ja, natürlich. Aber die Welt ist so unendlich kompliziert. Bist du für oder gegen Abtreibungen? Egal, was du sagst, du wirst Leute anpissen und die werden sagen, Mörder! Oder nee, du gibst Frauen keine Rechte. So, und wofür bist du denn? Ähm, bist du dafür, ähm, dass in Amerika man Schusswaffen haben darf? Egal, wofür du dich entscheidest, Leute werden dich hassen. Das Problem ist in der Welt, sobald du eine Meinung einnimmst, sobald du irgendeine Meinung einnimmst, hast du schon manche Leute respektiert und manche fühlen sich überhaupt nicht von dir respektiert. Deswegen diese Idee, da kann ich wirklich nichts mit anfangen, von wegen, respektier alle. Das geht doch gar nicht. Und manche Leute, respektierst du auch Leute, die sagen, ich bin grundsätzlich dafür, alle Menschen, die mich respektieren, zu töten. Wie soll es jetzt? Respektierst du auch das? Das ist doch die gleiche Idee. Alle Menschen sind schön. Okay, wir können dieses Wort aus unserem Wortschatz streichen. Wenn alle schön sind, was bedeutet das? Alle sind sportlich. Okay, wie drücken wir jetzt aus, dass einige noch sportlicher sind als die anderen? Dafür war das Wort sportlicher eigentlich gedacht, aber wenn du das absolut relativierst, dann brauchen wir ein neues Wort dafür. Das ist ein bisschen wie diese Tage, wo einfach du kriegst fürs Mitmachen eine Urkunde. Natürlich schmeißt du die Urkunde weg. Die war ja nichts wert. Ich meine, jeder hat sie bekommen. Die Teilnehmermedaille. Ja, ich meine, offensichtlich ist die nichts wert. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Das ist nicht, weil ich es den Kindern nicht gönne, aber offensichtlich ist sie nicht so viel wert, wie wenn es eine Goldmedaille gibt für den schnellsten Läufer an dem kleinen Wettbewerb dort. Die ist natürlich viel mehr wert. Und das ist auch viel erzählenswerter. Und wenn es diese Leute gibt, die von diesen Sachen predigen, dem kann ich nur den Existenzialismus in den Kopf schmeißen und sagen, es ist super leicht, irgendwo vor einer großen Menge zu sitzen und zu sagen, lass uns doch einfach alle in Liebe leben. Wie gehst du mit George um? Bringst ihn um, sperrst ihn ein. Lenny, aber ja. Mit Lenny, ja. Wie gehst du mit Lenny um? Sollst du ihn einsperren? Sollst du ihn einfach einschläfern? Ich meine, er hat ja auch sein Recht auf Leben. Er kann ja auch nichts dafür, dass er geistig behindert ist. Aber er ist natürlich eine tickende Zeitbombe. Er könnte auch jemanden umbringen. Aber das weißt du natürlich vorher nicht. Wie gehst du damit um? Ich meine, wen respektierst du jetzt? Ihn oder die Gesellschaft? Oder, ne? Es ist nicht so schwarz-weiß. Und das ist das, was ich im Existenzialismus wertschätze. Es nimmt da kein Blatt vom Mund. Es sagt nicht, die Welt ist ein Paradies und alles ist super und alles kann perfekt sein. Es sagt, von vornherein sind Probleme vorprogrammiert. Du wirst Kompromisse eingehen müssen. Du wirst immer, sobald du einen Standpunkt einnimmst im Leben, einige Menschen anpissen. Da kommst du nicht drum herum. Und Churchill hat das ja so geil gesagt. Wenn du niemanden anpasst, stehst du auch für gar nichts. Wenn du von niemandem ein Feind bist, dann bist du ein Niemand. Du stehst für nichts Echtes ein. Das kannst du nicht. Und das ist die traurige Realität aus Sicht der Existenzialisten. So ist nun mal die Welt. Ich habe es ja nicht so gemacht. Aber es ist so. Es wäre doch schön, wenn wir sagen könnten, einfach nur alle respektieren. Und es geht auch, alle zu respektieren. Wir können Lenny respektieren, wir können George respektieren, wir können die Gesellschaft. Und niemand soll dabei sterben. Ja klar, wenn das gehen würde, ich würde sofort unterzeichnen. Aber die Welt ist leider nicht so. Leute werden sterben. Leute haben psychologische Macken. Leute haben Minderwertigkeitskomplexe. Einige Menschen haben Machtkomplexe. Manche Menschen wollen einfach nur geliebt werden, aber werden wegen des Zeitgeists, wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert. Schrecklich. Aber du wurdest in diese Welt hineingeworfen. Und das ist der existenzialistische Ausgangspunkt. Und ich finde es gut, dass man es nicht verheimlicht und auch nicht schönredet und sagt, das ist einfach so. Und wenn wir das einmal akzeptieren, als eine Ausgangssituation, um die Welt zu sehen, dann kann man da entgegenrudern. Und ich bin jetzt nicht durch einen Existenzialist in dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass es irgendwelche anderen Weltanschauungen gibt. Ich glaube zum Beispiel, dass Leid ein sehr fundamentaler Baustein von allem ist. Aber ich glaube, dass Freude ebenso gut ist. Wenn ich meinen Tag mir anschaue, dann gibt es einige Momente, wo ich leide. Es gibt auch sehr viele Momente, wo ich mich glücklich fühle. Also den ganzen Fokus nur auf Leid zu setzen, wie es zum Beispiel im Buddhismus gemacht wird, finde ich persönlich einfach nicht zutreffend. Vielleicht war es in der Zeit, wo der Buddhismus glorierte, relevanter. Denn vielleicht bestand dort der Alltag höchstwahrscheinlich mehr aus Leid als heutzutage im 21. Jahrhundert. Aber diese Komponente einfach wegzudenken oder zu ignorieren oder einfach drüber zu reden, als würde sie nicht existieren, ist jenseits von ignorant. Ja, also lieber Verantwortung und Entscheidung als blinder Respekt in dem Fall. Ja, ich meine, wenn du die Geschichte zu Ende erzählst, dann können wir mal diesen Punkt zuspitzen. Ja, es kommt natürlich schließlich raus, dass die Frau tot ist. Und Lenny, der hatte mit George vorher abgemacht, wenn er irgendeine Blödelei macht, dann trifft er sich mit ihm an einem Fluss und da steigt er sich jetzt auch heimlich hin. Und Curly findet irgendwann seine tote Frau, ist natürlich außer sich vor Wut, trommelt die Arbeiter zusammen, bewaffnet sich und ruft zum Lünchmord auf. Das ist relativ klar, dass es Lenny war. Also alle anderen waren halt Kartenspielen. Und George ist jetzt natürlich in einer sehr prekären Lage. Also er weiß natürlich, Lenny kann hier wahrscheinlich nicht unbestraft davon kommen. Ich meine, Absicht oder nicht, er hat eine Frau getötet. Auf der anderen Seite wird er ihm natürlich den Lünchmord ersparen und will ihm zumindest einen fairen Prozess geben. Vielleicht kommt er in irgendein Gefängnis, was ihn einigermaßen gut beherbergt, wo er noch ein bisschen Würde hat. Aber Curly ist nicht gerade der ruhig rationale Kopf und ist relativ klar darauf aus, direkt blutige, brutale Selbstjustiz zu verüben. Und Lenny ist inzwischen zu diesem vereinbarten Treffpunkt geflohen. Und George realisiert jetzt, dass Lennys Zukunft eigentlich aussichtslos ist. Ich meine, die Wahl fällt zwischen Lünchmord, Irrenanstalt oder Gefängnis. Und er findet Lenny am vereinbarten Treffpunkt am Fluss und spricht noch einmal über den gemeinsamen Traum der Farm. Er sagt, Lenny, richte deinen Blick mal nach vorne. Du wirst die Farm fast sehen können. Und Lenny ist ganz aufgeregt, hört zu und interagiert auch. Und George schießt ihm eine Kugel in den Hinterkopf. Boom. Ja, ich meine, damit wird George zum tragischen Helden. Da gibt es einige Punkte. Erstens, hätte er nicht wieder mit ihm fliehen können? Die waren schon in diesem Treffpunkt und die wären vielleicht auch weggekommen. Aber er tut es nicht. Was machst du denn daraus? Ich würde sagen, ich glaube, bis dahin hat er immer noch diese Idee, diese Fantasie, dass es klappen kann. Aber jetzt merkt er auch, jetzt haben wir hier eine Grenze überschritten. Es ist jetzt kein Hundewelpe gestorben oder es ist keine Frau am Gleit festgehalten worden. Nee, es ist jetzt eine Person gestorben. Ja, aber ich meine, es heißt nicht, dass es in der Zukunft wieder passieren muss. Wenn er jetzt, was du sagst, ihn in einer Höhle steckt und jetzt ein bisschen arbeitet irgendwo, dann hätte er das Geld nochmal sammeln können, dann später irgendwann das Haus bauen können. Ich meine, rational war das Ganze doch noch möglich. Ja, aber ich glaube, wenn man einmal eine Schwelle überschritten hat, wo etwas passiert ist, das halt nochmal deutlich schlimmer ist. Aber wo ist denn die Schwelle? Mord ist die Schwelle. Aber warum Mord? Warum nicht zwei Morde? Warum nicht drei Morde? Warum Mensch? Warum nicht ein Tier? Ich meine, wo man die Linie in den Sand zieht, ist vielleicht individuell. Ich finde, Mord ist, glaube ich, einer, auf die man sich ganz gut einigen kann. Ja, man könnte auch sagen, jetzt, wo es passiert ist, weiß ich mich besser davor zu wehren. Ich glaube, es war der Carnegie, irgendein Pilot, vielleicht blande ich auch die Geschichte, aber sinngemäß, irgendein Pilot von ihm hat einen Fehler gemacht und sein Flugzeug ist fast abgestürzt. Und daraufhin dachten alle, natürlich, er wird ihn anzeigen und ihn entlassen. Aber er sagte, nee, dem wird dieser Fehler offensichtlich nie wieder passieren. Also behalte ich ihn erst recht. Und hier auch, man könnte sagen, naja, ich habe gesehen, unter was für Umständen ein Mord stattfinden kann, wo ich so, wo ich ihn noch nur eine Sekunde aus den Augen gelassen habe. Ich könnte ihn in Zukunft einfach immer irgendwo anketten, wenn ich nicht da bin, um wirklich zu gewährleisten, dass er immer in meiner Nähe ist. Also er könnte theoretisch damit umgehen. Aber, um den Punkt zu machen, er hat die Linie in seinem eigenen Kopf gezogen. Es gibt ja keine äußerliche Linie. Du hast jetzt Mord, als wäre das quasi eine objektiv gemeißelte Wahrheit. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja nur, du hast da die Grenze gezogen. Aber auch da könnte ich sagen, nochmal, es war ja Mord, es ist jemand gestorben, aber es war jetzt kein Mord. Ja, das ist fair, das könnte man eher so sagen. Es ist jemand gestorben, aber es war jetzt kein Mord. Mord ist ein zu starkes Wort. Ja, ich meine, er hat das ja nicht absolut nicht gemacht. Er versteht das ja auch überhaupt nicht. Er versteht das Konzept von Ermorden überhaupt nicht. Aber George hat da in seinem Kopf eine Linie gezogen. Und genau, genauso musst du es auch machen. Verantwortung und Freiheit. Er hat da gesagt, hier hört meine Verantwortung auf. Und diese Entscheidung war rein subjektiv. Es gab ja keine objektive Linie. Er hat ja nicht vorher gesagt, wenn er jemanden umbringt, hat er nicht gesagt. Es ging auch ihm nicht mehr darum, kann ich das in Zukunft verhindern. Er hat einfach nur gesagt, ich habe jetzt genug. Und da hat er die Entscheidung getroffen, ihn umzubringen. Und Lenny umzubringen. Du siehst also, letzten Endes liegt immer die Verantwortung. Und wo du die Verantwortung trägst und wo du sie nicht mehr tragen willst, in deinem eigenen Kopf, du musst die Entscheidung treffen. und hier wird es auf eine ganz dramatische Art und Weise ausgedrückt. Er kümmert sich von A bis Z um diesen Typen, um Lenny. Und eines Tages schießt er ihm eine Kugel in den Kopf. Warum? Er hat jetzt genug. Und das ist, so musst du es auch. Ich würde es minimal anders framen. Das klingt so ein bisschen, er hat genug von ihm, er hat keinen Bock mehr auf ihn. Er hat genug im Sinne von, er hat gemerkt, hier hört meine Verantwortung auf. Mehr Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Ich könnte jetzt versuchen, noch radikaler zu leben, ihn abends anzuketten, wirklich nur noch an Ranches zu arbeiten, wo keine Frauen sind und wo. Ich könnte es versuchen, aber ich habe jetzt, ich kann es nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Und ich möchte diese Verantwortung nicht mehr haben. Und was ich jetzt als letzten großen beschützerischen Akt tue, ist, ich erledige ihn einfach. Damit er jetzt keinen Lünchmord erleiden muss. Das ist das Beste, was ich tun kann. Und das ist aus meiner Sicht auch die Antwort auf diese ganzen schwierigen Fragen. Es ist, du musst Verantwortung übernehmen, soweit du es kannst. Und du darfst dich nicht vor der Verantwortung drücken. Ja, das ist für mich auch, also ich habe zwei große Takeaways eigentlich aus dieser Geschichte. Die eine ist sehr ähnlich zu deiner, die du gerade genannt hast. Und zwar, wenn es um große Entscheidungen geht, für die du die Verantwortung hast, dann kannst du die nicht outsourcen. Und das ist das, was Candy am Anfang gemacht hat. Er hatte diesen Hund, den er sich mal gekümmert hat. Und der weiß, der musste eigentlich sterben. Und er hat es dem anderen Arbeit gegeben. Und das bereut er danach. Und ich glaube, das hat er auch tatsächlich ein Stück weit im Hinterkopf hier gehabt, George, diese Szene. Und wie sehr er es bereut hat. Und er weiß, er hat die Verantwortung für Lenny. Ja. Er muss es tun. Und das andere Takeaway, was ich hatte, danke dir, ist, dass das Selbsttöten ein Akt der Liebe sein kann. Ja. Und ich glaube, deswegen wollte ich das gerade noch ein bisschen umframen. Ja, seine Verantwortung hört er auf, aber er tut es trotzdem noch aus Liebe heraus. Ja, definitiv. Definitiv. Aber zum gewissen Grad hat er auch die Schnauze voll gehabt. Ja, klar. Sicherlich. Es steckt ja alles mit drin. Aber das ist ja das Interessante an Liebe, wenn Leute nur Liebe predigen. Man könnte behaupten, naja, wir haben ja eine Geschichte aufgeschrieben oder gelesen, wo klar ist, dass selbst Töten im Namen der Liebe gerechtfertigt ist. Zumindest hier in dieser Geschichte. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute das lesen werden und denken würden, er war hier ein Arschloch. Ja, das ist gut. Er hat ihn jetzt kaltblütig ermordet. So würdest du es überhaupt nicht framen. Naja, er hat ihn bewahrt vor einem schlimmeren Tod. Und ja, er hätte noch weitergehen können, aber irgendwo muss er auch sein eigenes Leben leben. Das ist für mich die große Erkenntnis aus dem Existenzialismus. Wir sind nur mal zur Freiheit verdammt. Und das klingt erstmal gut. Wir sind frei. Super. Aber andererseits, mit der Freiheit geht auch eine unglaubliche Verantwortung einher. Denn die wichtigen Entscheidungen, die kannst du nicht abgeben. Wenn du sagst, du, ich will mich nicht um die Person kümmern, das muss ich auch nicht und dann gehst du weg, aber dann kommt dein Gewissen hoch und du sagst, eigentlich empfinde ich das schon als meine Verantwortung. Ich drücke mich davor. Du musst damit leben. Und wenn die Verantwortung nun mal bei dir ist, dann musst du sie einfach nun mal tragen. So lange, bis du sagst, hey, ich habe jetzt nicht mal das Gefühl, dass es meine Verantwortung ist. So wie George in dem Fall sagt, du, ich habe jetzt wirklich sehr viel geopfert. Irgendwann reicht es auch. Irgendwann kann auch ich nicht mehr. Und da zieht er die Linie. Und so musst du nun mal in der Welt agieren. Und das Einzige, was du nicht tun darfst, ist die Verantwortung nicht annehmen wollen. Denn Verantwortung ist ja die andere Seite der Medaille der Freiheit. Und wenn du Verantwortung frei abgibst, dann wirst du unfrei. Wenn du unfrei wirst, dann wirst du unauthentisch. Und letzten Endes, und das ist das Komische, das Absurde, je mehr Verantwortung du versuchst abzugeben, desto unfreier wirst du, desto unauthentischer wirst du und desto mehr Leid verursachst du letzten Endes. Wenn du also Leid minimieren willst, musst du Verantwortung übernehmen. Das klingt erstmal ziemlich komisch, aber es scheint, zumindest aus Sicht der Existenzialisten, so auszusehen. Ja, und ich glaube, das ist eine gute Konklusio dazu. Du musst deine Karten annehmen und du musst sie spielen und du musst Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn du klein bist, dann musst du sagen, hey, ich muss damit lernen umzugehen und ich muss mich in anderen Bereichen besser machen. Wenn du irgendwelche anderen Komplexe hast, wenn du irgendwelche Schicksalsschläge hast, du hast vielleicht einen behinderten Bruder, um den du dich kümmern musst und du denkst, warum habe ich das jetzt zugelost bekommen? Das ist nicht, diese Frage ist völlig irrelevant. Die führt zu nichts. Es ist deine Verantwortung und du musst die Verantwortung so weit aufbilden, wie du es nun mal kannst. Und das ist das Einzige, was du tun kannst. Das ist das Einzige, womit du umgehen kannst. Und wenn du dein Leid minimieren willst, dann trage so viel Verantwortung, wie du auch nur kannst. Und das ist die Lösung. Ich meine, es ist keine einfache Lösung, aber das ist die einzige Karte, die dir übrig bleibt. Ansonsten wirst du einfach nur noch mehr Leid empfinden und das willst du offensichtlich nicht. So ein Plädoyer für Verantwortung. Letzten Endes, ja. Ohne Verantwortung gibt es keine Freiheit. Das ist doch ein gutes Schlusswort, glaube ich. Sehr schön. Danke dir. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020